Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns den Bereich Beruf, Finanzen, Januar an. Schauen, welche Informationen und im Folie die geistige Welt für euch bereit hält. Ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung. Nehmt also mit, was resoniert und was nicht resoniert, das lasst ihr für jemand anderen übrig. Am Ende blende ich auch die Playlist ein, Beruf, Finanzen, Januar 24. Klicke da auch drauf, um euch euren Aszendenten noch mit anzuschauen. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen. Sollten noch nicht alle Videos hochgeladen sein, dann kommt einfach am nächsten Tag wieder. Oder ja, abonnieren, Glocke anschalten, dann werdet ihr natürlich informiert, wenn neue Videos hochgeladen sind. So, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für den Bereich Beruf und Finanzen im Januar 24. Wer ist hier gehüpft? Oh, das ist aus der Kälte hier. So. So, meine Lieben, die tragende Energie sind die sechs der Schwerter. Ja, sieht man alles, ja. Sind die sechs der Schwerter. Das heißt, es geht nach vorne. Hier werden aber auch Kopfentscheidungen getroffen, etwas hinter euch zu lassen. Das kann auch sein, das ist so eine klassische, naja, klassisch, also, ja, doch, Umschuldung, ne? Also, irgendeinen Plan machen, um wieder nach vorne zu kommen. Das kann sein, dass ihr eine Firma verlasst. Das kann sogar sein, dass ihr auswandert, weil es in dem anderen Land einfach bessere Konditionen gibt. Also, das ist nicht, weil ihr unbedingt das Land verlassen möchtet, sondern wirklich, weil es klüger wäre für den einen oder anderen Steinbock in der jeweiligen individuellen Position. Es gibt hier auch die, die tatsächlich entscheiden, eine Privatinsolvenz anzumelden, weil das sich einfach anbietet und ihr damit einfach auch eine ganze Menge hinter euch lassen könnt und neu anfangen könnt irgendwann. So, was kommt da im Januar auf euch zu? Okay, ja, es gibt hier einige, die viele im Privatleben, einige im Beruf, jemanden hatten, der hat nicht nur Grenzen überschritten, der hat euch auch wirklich alles an Geld und Materiellem, was nicht nid- und nagelfest war, irgendwie abspenstig gemacht, ne? Der hat euch richtig, oder die Person hat euch richtig ausgenommen. Das geht sogar so weit, dass hier vielleicht sogar Familienmitglieder euch irgendeine Art von, ich sag jetzt mal, was mir in den Sinn kommt, Schmuckstück unterschlagen haben nach einem, oder in einem Erbschaftsfall. Und da gibt es auch richtig Zank und Streit. Ich sehe hier auch, dass einige von euch im Beruf leere Versprechungen bekommen haben, auf eine ganz tolle Position, auf eine Weiterbildung, die ihr gebraucht hättet, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder generell die Gehaltserhöhung. Oder mehr Stunden in der Woche, um halt eben auch mehr Geld zu verdienen. Und ja, ich höre so ein Edgy Badge, das hat man euch dann einfach nicht gegeben. Auch irgendwie so grundlos, so mit so halbgaren Sätzen wie, ja, das haben wir mal angedacht, aber das haben wir ja nie festgemacht, ja, als Recht nicht schriftlich festgehalten. Also sind einige von euch richtig über den Leisten gezogen worden, ne? Da gibt es aber nochmal Gespräche. Da gibt es nicht nur Gespräche, da gibt es einen ganz großen Knall. Und ihr steht da für euch ein. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu lösen. Egal, ob ihr jetzt beruflich mehr als nur benachteiligt worden seid oder aber auch im Privaten, ja. Da wird es eine Lösung geben. Und da klemmt ihr euch auch hinter. Das ist wirklich so eine Ich-will-und-muss-und-werde-das-jetzt-regeln-Energie im Januar für euch. Da wird auch eine eindeutige Entscheidung getroffen. Was ich hier auch sehe, ist, dass einige Steinböcke, das ist jetzt fast schon wie in so einem Film, einige Steinböcke Kameras aufhängen, dass einige Steinböcke vielleicht jemandem Privatdetektiv auf den Hals setzen. Also das ist ja wirklich kinoreif, ne? Ihr werdet in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung treffen, um jemand anderen entweder auf frischer Tat zu ertappen oder dieser Person etwas nachweisen zu können. Und das wird auch funktionieren, tatsächlich. Ich will euch hierzu nichts anstiften, ja, aber passt einfach ein bisschen auf, ja, dass ihr euch da im rechtlich sicheren Rahmen bewegt. Weil die Energie ist eigentlich keine gute, ne? Das ist so Rache, das ist so jetzt erst recht. Der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn ihr es übertreibt, ja? Aber ihr seid ja kluge Köpfchen und erwachsene Menschen, also macht euch da bitte vorher auch schlau, wie das rechtlich aussieht, was ihr machen könnt und so weiter und so fort. Und was vielleicht, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommen würde, dort als Beweis gelten kann und so weiter und so fort. Ja, aber das ist wirklich so eine jetzt erst recht Energie. Und mit dieser Energie tun sich hier neue Möglichkeiten auf. Ihr erweitert durch diese Energie euren Horizont. Da kommen Ideen und Gedanken, an die ihr vorher noch gar nicht gedacht habt. Ja, auch hier wieder dieses, ich öffne mich der Welt, ja? Also vielleicht müsst ihr ja nicht direkt auswandern, aber in eine andere Stadt ziehen oder in eine Firma, die weiter weg ist, mal Bewerbungen schicken. Und da macht ihr auch Eindruck, ne? Also da werdet ihr euch gegen Mitbewerber auch durchsetzen, wenn ihr euch woanders bewerbt. Ihr müsst nur wirklich, 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 das rate ich euch hier, weil es mich hier so anspringt, versuchen, ein Gleichgewicht zwischen euren Gefühlen und eurem Kopf herzustellen. Also bitte nicht irgendwo die Abrissbirne hinfahren und loslegen, ja? Also alles, was ihr macht und vorhabt, bitte gut durchdenken. Nicht, dass ihr euch ins eigene Fleisch schneidet. Aber da ist auch viel Ungerechtigkeit passiert. Also nachvollziehen kann ich die Wut schon. Was ich hier auch sehe, ist, dass einige tatsächlich so ihr eigenes Ding machen. Das wird vielleicht ein bisschen anstrengend. Da sehe ich auch, dass es hier so die ein oder andere Würde zu nehmen gibt. Dass ihr vielleicht nochmal ein bisschen was investiert an Zeit, Kraft und vielleicht auch Geld. Aber das lohnt sich. Da tun sich ganz neue Türen auf. Und ihr werdet euch mit Sicherheit fragen, wenn die ersten, wenn der Rubel rollt, ja? Wenn das erste Geld eingeht, werdet ihr euch fragen, Mensch, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ich sehe hier sowas wie Fitnesstrainer. Alles, was so im Bereich Sport, vielleicht auch Nahrungsergänzungen, Anti-Aggressionstherapie. Alles so, was damit zusammenhängt, ja? Oder Kurse geben, Grenzen setzen, Selbstverteidigung. Geht auch. Liegt hier auch. Also was auch immer es ist, was ihr in euch drin entdeckt, probiert es mal aus. Und das sieht sehr danach aus, als könntet ihr damit tatsächlich nicht nur Geld verdienen, sondern vielleicht einige von euch sogar einen neuen Trend setzen. Und wie gesagt, also nochmal der Hinweis, diejenigen, die es hier betrifft, liebe Steinböcke, die hier gerade im Privaten, einige auch im Beruflichen von jemandem irgendwie ausgenommen worden sind oder hingehalten, veräppelt worden sind, angelogen worden sind, diese Person müsst ihr ganz, ganz genau im Auge behalten. Mal mindestens für eine Weile. Das kann auch sein, dass die Person das nochmal versuchen wird, ganz lieb und nett und dann wieder eine Grenze überschreitet. Also seid einfach gewappnet, ja? Diejenigen, die es betrifft, die werden das jetzt fühlen, dass ihr euch da nicht nochmal über den Leisten ziehen lasst, weil es geht natürlich auch an die persönlichen Kraftreserven, an die Energie. Nicht, dass ihr da nachher wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt und einfach mental so erschöpft seid, dass gar nichts mehr geht, selbst wenn ihr wolltet. Aber da kommen viele tolle neue Ideen, wie ihr euch da rausbasteln könnt und, wie gesagt, die Pläne, wie es nach vorne geht und wie ihr diese alte, gruselige Situation hinter euch lassen könnt. Meine Lieben, wenn ihr alle Informationen dazu haben wollt, dann klickt auf die Playlist, die gleich eingeblendet wird. Finanzen und Beruf Januar 24. Schaut euch da euren Aszendenten noch an. Ich blende eure Steinbock-Playlist noch ein mit allen Steinbock-Videos, unter anderem eben auch dem Channeling eurer Ahnen mit den Botschaften für 24 und natürlich auch nochmal die Jahreslegung für diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben. Ich wünsche euch einen wundervollen Januar. Setzt euch durch. Bleibt aber bitte schlau dabei. Ja, es geht nach vorne. Da kommen gute Ideen und Pläne, möglicherweise auch Verträge, wie ihr euch aus diesem Tal, diesem dunklen Tal, befreien könnt. Meine Lieben, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald. bis gerne Zeit untertitelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.